Willkommen zurück zu The Crew. Ich bin Alfie Robo und wir machen nochmal hier den kleinen Stoß, ja. Los geht's. Oh, ist das ein Porsche? Ja, das ist ein Porsche, wie geil. Ja, ich sehe ihn. Wir fahren Porsche, Leute. Dann mach ihn fertig. Alter, wir fahren Porsche. Ich freue mich. Erledige ihn schnell. Warum die Eile? Die Kopf natürlich. Diese Art von Job sollte man nicht zu lange rumgaben. Verstehst du? Also müssen wir den jetzt kaputt crashen oder was? Alter, die sind ganz schön flott unterwegs. So. Häng nicht zurück. Bist du schon mal Rally gefahren? Ähm, länger nicht. Keine Angst, schleudere ihn rum, schüttel ihn durch, peitsche ihn, lass Babykanz ab. Und jetzt hol dir den Arsch. Was er denn? Wieso nicht kann man sich umschauen, ne? Alter, alter, alter. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ja, was soll ich machen? Ich komme mit dieser Störung von den Banken überhaupt nicht klar. Ja. Verlierst ihn! Ja, nur noch zwei Minuten. Ich weiß, ich hab den noch nichtmals getroffen. Und ich versuch's. Ey, da sieht man sogar Bayward-Schubschrauber ist dabei. Also ich finde das Setting hier gerade mega geil. Ich kann einfach mit einem Typen ran. Oh, wir haben ihn mal geschliffen. W Herz demciaal. Was denn? Was denn? Uh! Oh! Also h 우� Rally gefahren. Wir haben ihn, wenn er wirklich lipscht. Oh! Häscht schon nicht mehr. Stufe 4, wuhu, fortfahren, nur Silber bekommen wir bei meinen, Auspuff gewonnen, natürlich für unseren Wagen, da sind wir schon bei Stufe 17, passt doch, fortfahren wollen wir ja, krasses Teil, krasses Teil, weil merke ich, ich bin nicht der Rennfahrer, er hat die Botschaft kapiert, Nett, wir sehen uns Alles klar Ups Hey Alex, was gibt's Neues? Schmoy lässt mich in der ganzen Gegend hinter ihm herkommen Gut, je mehr du tust, desto mehr vertraut er dir und desto eher hast du dein 510 Tattoo, bleib dran Alles klar So, aber ich würde jetzt doch gerne mal einen Flughafen Wie kann ich denn hier überhaupt die Gebiete freischalten? Wenn ich einfach mal reinfahre Weil hier war ja auch, gerade konnte ich das nicht sehen, aber das habe ich jetzt freigeschalten gescheint Kann ich ja noch mal doppelt reisen, nochmal, ok, hier ist es zugebracht, Kantmorten kann ich Spitzreisen machen Na, ich würde aber jetzt gerne doch mal nochmal, was war das? Straßentür, wahrscheinlich zum Auto hin, ne? Wir machen Witzreise Aber wir könnten Betreten machen, können wir eigentlich, wie wir uns Müssen wir das jetzt machen, ja toll Na, wird dann anders, halt mal Da ist ich denn hin Da, ok Ja, und jetzt spielt das dann wahrscheinlich schon mal Also langsam kriegt er die Fahrgefühl, weil das so gut Na, aber ich würde mal gut hinbekommen Ich höre nicht Das war die Richtung, ok Vielleicht konnte ich mir auf 3 über das. Wie kann ich denn hier schreiben? Äh, Spielernomen. Okay. Okay. 3. Wie kann ich denn auch die Zwischendinge hinten testen? Vielleicht bis zu lang. Also man kann auf jeden Fall schon keine Leute umfahren. Ja, da ist das leider weg. Scheiß drauf. Und das geht's. Ah, die hab ich schon gefahren. Ah, ein bisschen was raus. So, hier machen wir den Einzelspieler. Ja. Uh, wir können sogar wieder Gold schaffen. 3 Sterne und 3 Dinger bekommen. Krass. Gib Gas! Los, los, los! Los, los, los! Ah, wie viele Kops. Uuuuuh. Ich stehe dran. Und wir holen wohl mal. Dingsbums, dann nimmst du den Zeiger. So, fahr ich schon hier lang. Wir haben jetzt einen gesuchts Status bei den Bullen. Du weißt, wie man den los wird, oder? Schnellfahren, nicht geschnappt werden. So in etwa. Du musst außer Reichweite dieser Idioten. Je länger sie dich nicht sehen, desto mehr lassen sie von die Art. Und wenn du vor ihrer Nase Leute anfährst und einen Crash baust, dann machen sie dir das Leben zur Hölle. Mal fragen. Okay, kapiert. Alles klar. Wir sind verdammt schnell. Oh. Du glaubst also automatisch, ich hätte was angestellt, hä? Schuldig bis zum Beweis des Gegenteils, hä? Beruhig dich, Mann. Ich red nur scheiß. Ich bin schuldig. Mir war nur nicht klar, was sie dies... Zentrale... Hast du vorhin gefasst? Lol. Wo sehe ich das denn? Ob ich vorhin nicht geschnappt werde und wann nicht? Ist dann wieder neu gestartet. Ja, kann man das so strengen sein können. Ja, wow. Wie warm will ich denn jetzt beim Drehen? Ah, toll, 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 ja. Die Verdächtige sind gewahrsam. Da oben sieht man's und das geht verdammt schnell. Boah, ein Dreher und du bist draußen. Krass. Hör auf, was wartest du? Bring uns aus als Sichtmann! Verstär den Weg! Geht ihr auf, was geht das denn jetzt? Wir haben jetzt einen gesucht, starten. Nein, die sind nicht so schnell, ey. Wo weißt, wie man den los will, oder? Schnell fahren, nicht geschnappt werden? So in etwa. Du musst außer Reichweite dieser Idioten. Die sind wieder zu schneller, früher. Aber wenn du vor ihrer Nase Leute anfährst oder einen Crash baust, dann machen sie die was röde zur Hölle. Was sagen? Okay, kapiert. Alter. Ich hab da grad mich nicht genau wartet. Boah. Nochmal. Boah, das fuckt mich gerade ab, ey. Ja. Ja, auf was wartest du? Bring uns außer Sichtmann! Vollbremsung! Klüpfiger Mistkerl! Die sind gerade alle ziemlich nervig, ey. Wir haben jetzt einen gesucht, starten bei den Bullen. Du weißt, wie man den los will, oder? So in etwa. Du musst außer Reichweite dieser Idioten. Je länger sie dich nicht sehen, desto mehr lassen sie von dir ab. Und wenn du vor ihrer Nase Leute anfährst oder einen Crash baust, dann machen sie dir das Leben zur Röden. Dann sagen, okay, kapiert. Ich hab hier. Alter, warum drehen wir uns denn jetzt schon wieder? Eine Streife ist ausgefallen. Versteh dich. Ich fange das nicht mehr ab. Eine Streife ist ausgefallen. Ein Wagen weniger. Alles klar. Ja, warum sind die jetzt ausgefallen? Na toll, dann fahren wir schon wieder neu hin. Ja, du glaubst also automatisch, ich hätte was angestellt, hä? Schuldig bist du mir, was das Gegenteil hat. Warum hab ich mir Volk freigeschalten? Nein, mal. War nur sogar hängig. Beruhig dich, Mann. Ich rede nur scheiß. Ich bin schuldig. Mir war nur nicht klar, was sie diesmal von mir folgen. Alter. Ich kann nicht mal zurückwärts fahren, vorwärts kommst du auch nicht. Das ist gleich mal eine Option, ey. Ich kann nicht fahren. Was soll ich machen? Ich kann nicht fahren. Ich kann den Kopf kein Stück mehr gewägen, ey. Boah. Ja. Ja. Ja, auf was wartest du? Bring uns außer Sicht, Mann. Halt er durch fest. Mist. Drucker fehlgeschlagen. Ist das nervig. Ja. Schnell fahren, nicht geschnappt werden? So in etwa. Du musst außer Reichweite dieser Idioten. Je länger sie dich nicht sehen, desto mehr lassen sie von dir ab. Aber wenn du vor ihrer Nase Leute anfährst und ein Crash baust, dann machen sie dir das Leben zur Hölle. Und sagen, okay, kapiert. Wir halten ihn an. Ich versuch' doch, der Mann. Ach so. Ich ram ihn. Ich lege ihn an. Er ist durch. Das war knapp. Was hast du getan? Jo, du glaubst also, automatisch, ich hätte was angestellt, ne? Was ist toll? Entschuldig, bis zum Beweis des Gegenteils, ne? Nein, nein. War nur so dahin gesagt. Beruhig dich, Mann. Ich rede nur Scheiß. Ich bin schuldig. Mir war nur nicht klar, was sie diesmal von mir folgen. Ich habe keine Chance, ihn zu entkommen, außer Scheiße. Ich fange das Ziel ab. Ich kann so schnell fahren, wie ich will. Die holen mich wieder ein. Wow, wir haben es doch mal geschafft. Die Verfolgung ist vorbei, wenn wir nichts tun. Alter, das ist jetzt wirklich Millimeter. Vielleicht guckt auf den Radar. Wir haben seine Spur verloren. Unglaublich. Nur Bronze bekommen, ja. Das soll ich machen. Das ist echt krass. Ich habe keinen Bock mehr. Boah. Okay, Mann. Gute Arbeit. Schöne dir was. Gibt's was Neues? Ich habe Troy vor dem Knast bewahrt. Alles beim Alten. Ich schnapp ihn mir, wenn du dein Tattoo hast. Bleib am Ball. Gut, dann machen wir an der Stelle mal einen Cut. Ich spende jetzt auf die Session und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lauterein. Ciao. Ich bin froh. Dannanno. Dann